So, und hier sind wir auch schon wieder, immer mal wieder Team Rot. Ah ja, das ist Doomsday, die Map jetzt. Ich kenn die Maps nicht so gut. Wie gesagt, ich hab das ja noch nicht so oft gezockt. Frachtdingens. Äh, Sonderzustellung heißt es genau. Was?! Ja, das fängt mir schon mal gut an. Ich gehe hier raus, und dann, boom, ja. Fülle, vier, drei, drei, eins. Dein Stringbring wird abhängig. Wir kommen in den Fall. Also gut, ähm, schauen wir uns erst mal ein bisschen um. Also, diese Runde nutze ich jetzt quasi um die Map. Ah, ich glaube, die kenne ich. Ja, das ist doch die Map, die wir gerade gespielt haben, oder? Oder höre ich mich jetzt da? Weiß ich gar nicht. Weiß nicht. Ich kenne, wie gesagt. Na doch, das müsste, glaube ich, die Map sein, die wir gerade gespielt haben. Oh, ich hab so ein Kurzzeitgedächtnis. Ja, natürlich, das ist die Map, die wir gerade gespielt haben. Verpiss dich! Verpiss dich! Ich will nicht dein Freund sein! Ich will nicht dein Freund sein! Ich hab genug Freunde auf dieser Welt! Nämlich gar keinen! Attackant! Ah, scheiß Flasche! Warum liegen da überall Flaschen auf meinem Boden? Ich weiß, ich bin Messi und so, aber Flaschen auf dem Boden? Nein, natürlich bin ich kein Messi, das sag ich nur einfach nur so. Nur für alle, die es jetzt gerade ernst geglaubt haben. In meinem Zimmer liegen nur 20.000 Kisten. Das ist nur mein Tagesbedarf an Objekten, die ich benutze für mein Vergnügen. Was? Nicht falsch verstehen! Oh Gott, wahrscheinlich habt ihr es gerade jetzt falsch verstanden. Egal, scheiß drauf! Ja, es sind Playboy-Magazine! Die ganzen Magazine sind voll Playboys! Ich hab 60.000 Kisten mit Playboy-Magazinen! Genau! So, stellt euch das jetzt einfach vor! Wenn ihr, wenn ihr es wollt! Keine Ahnung! Wenn ihr es wollt! Nein! Dimitri! Dimitri! Nimm mal Bescheid drauf! Leck mich! Also Dimitri! Weißt du das siehst, ne? Einen Dimitrischen Tagstier, ne? Oh, was ist das? Koks? Nein! Oh! Oh Gott! Warum spiele ich jetzt wieder als Demoman? Wollte ich gar nicht! Ich wollte ja in diesem Part die Klaffen und so! Unser erster Kill! Unser zweiter Tod! Vier Pi! Ne, dritter sogar! Fuck! Okay, ähm... Dann nehmen wir mal Spy! Ich weiß nicht! Ich bin so schlecht als Spy! Ich glaub das wird eine Failerei! Ich fail mal ein bisschen! Komm! Dann, damit ihr was zum Flamen habt! Ihr Hater, ne? Auch für euch Hater gibt's jetzt was! So, Hater! Schaut gut zu und beschwert euch dann! Wie ich's besser machen soll, ne? Also! Ah! Genau! Seht ihr? Ja! Ja! Okay! Das war für die Hater! Jetzt dürft ihr auf Flamen! Schreibt es jetzt in die Kommentare, wie scheiße ich spiele! Genau jetzt! So! Viel Spaß euch! Noch, ne? Ja! Con der Pi ist natürlich der bessere Spy als ich! Ich bin so schlecht wie, äh... Deine Mutter! Nein! Ich nehm dich aus wie einen Truthahn! Nein! Der will uns trollen, glaub ich! Hey Leute! Der will uns trollen! Tut was! Tut was! Nein! Nicht liefen! Tut was! Verdammt nochmal! Genau! Jetzt! Nein! Jetzt mach was! Ja! Ja! Das ist schon mal am Anfang! Sly! Geh da hin! Geh da! Ja! Was machst du? Geh da hin! Nein! Ja los! Soldier! Geh da hin! Ja! Er ist da hingegangen! Okay! Jetzt wechsle ich die Klasse! Ich, äh... Was? Vier Spice! Ja Gott! Zum Gottes Willen! Obwohl ich Atheist bin! Nein! Ähm! Auch nicht! Äh! Hä? Was haben wir denn da? Bist du... Bist du ein Sniper? Ja! Ich bin ein Sniper! Alter! Alter! Merkt euch! Wenn ihr angeschlagen seid, isst Schokolade! Am besten ein Milka! Milka ist meine Schleichwirkung für Milka! Kauft euch Milka! Die beste Schokolade der Welt! Sogar der, der mich gerade geköfft hat! Ist Milka! Kann es sein, dass ich gerade ein bisschen zu laut geredet habe? EGAL! Ich hab noch nie in meinem Leben zu laut geredet! Bis jetzt zumindest! So! Ähm! Das hat man noch nicht! Nehmen wir mal einmal eine Runde den... Scout! Was? LOL! Moob! Stifu! You little kids! Wer soll Stifu machen? Did anyone seen? Say anything? Hat irgendjemand etwas darüber gesagt? Los! Los! Danke! Okay! Ja gut, ey! Hör mich besser auf! Das ist ein bisschen... Ey! Die campen da entweder vor unserem Spawnpunkt oder sie sind so gut, dass ich keine Chance habe! Oder dass wir keine Chance haben! Genau, ich schiebe jetzt alles aufs Team! Wie man es halt bei Online-Spielen macht! Man schiebt immer alles aufs Team, wenn man Scheiße spielt oder isst oder whatever! Genauso wie bei LOL! Sagt ein Kollege, zumindest bei einem Kumpel von mir ständig! Und ich glaube ihm! Weil das ist eigentlich im Leben Team-Spiel so, dass man die Schuld immer bei den Anderen sucht! So, ich hoffe die Mini-Centry wird uns jetzt ein bisschen helfen! Oh Gott, ich bin fast tot! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Oh shit! Hä? Warum sehe ich den Grün? Ey! Warum bist du Grün? Warum bist du tot? Geht so nicht! Achso, das war der mit dem biologischen Dingens, ne? Ah! Seine Sentry-Sabilität zerstört dich! Sentry! Verdammt! Zerstört! Diese! Scheiß! Sentry! Verdammte! Scheiße! Nein! Nicht umgekehrt! Ah! Nein! Hey! Cool! Screenshot! Nein! Kein Screen! Ja doch! Ich bin's inzwischen schon gewohnt! Mich immer zu beschweren, wenn ich einen Skinshot im Minisplay mache! Nein! Meine Sentry! Die habe ich mit viel Liebe gebaut! Und dann habe ich einfach nur hingeklatscht! Jetzt reicht's mir! Seht ihr das? Wir haben zu wenig Feuerkraft! Wir haben auch zu viele Spice! Wir haben auch zu viele Spice! Wir sind gutes Team! Ich sehe was, was du nicht siehst! Ja, da erspottet man die mal ein bisschen! Sehr gut! Ah! Die beschweren sich schon im Chat, dass gekämpft wird. Und vielleicht sollte ich mal hier einen Balkonusriegel fressen. Und dann versuchen, ein Pau durchzuführen. Aber ich wollte es mal ab, brauche ich Health Points. Oh, okay, ich habe schon die Maximalgrenze erreicht und wir haben jetzt eh gleich verloren. Ich höre schon das Warnzeichen. Wir müssen die jetzt von dort abknallen. Na los, meine Kollegen, tut was. Knallt die ab, egal wie. Die müssen jetzt sterben. Für Japan. Seht ihr? Ohne mich hätten wir jetzt... Ohne mich und Sly hätten wir jetzt verloren. Was macht der? Der bringt es weg. Macht der hell? Warum bringt der es weg? Wahrscheinlich ein Griefer oder so. Keine Ahnung. Jetzt beschweren sich gleich. Was zum? Ein Japaner ist drin? Was zum? Japaner? Ja, wir haben ein Japaner in unserem Team. Okay, jetzt haben wir gewonnen. Wir haben ein Japaner im Team. Es kann gar nichts mehr passieren. Machen wir eine Kurvorratskiste. Kistenreihe. Was für welche Klasse. Das müsste... Keine Ahnung sein. Medic. Aha. Ja, wahrscheinlich so ein Ausrüstungsdingens... Ausrüstungsgegenstandsbox. Aber ich habe jetzt momentan keinen Bock, jetzt 2 Euro dafür auszugeben. Vielleicht, wenn ich mal Lust drauf habe. Oder wenn ich mal Restgeld habe auf meinem Steam-Account. Ach ja, übrigens, mein Steam-Account könnt ihr auf meinem Kanal finden. Der ist da markiert. Und wenn ihr das nicht tut, dann endet ihr so wie ich jetzt zum Beispiel. Nämlich so, genau. Ich versuche mal eine Conversation mit ihm zu führen. Wo ist der... Wo ist der Japaner? Nebenverfolge ich jetzt. Ich will sehen, was er so macht. Ich will seinen Skill sehen. Seinen Paioskill. Ich verfolge den jetzt. Los! Japsen Power! Gelbe Gefahr! Aha, die versuchen wieder zu campen. Also, Blau hat schon eine Taktik. Bin ich hier der Einzige, der hier Kills macht, oder was? Und der Japaner natürlich. Der macht natürlich auch Kills. Oder macht er Kills? Nein. Erst einen Punkt. LOL. Das Bild ist lustig. Nein, ich hätte einen Screenshot machen sollen. Na, dann mache ich es halt nach der Aufnahme so als Screenshot im Video. Hallo Kinser. Okay, wer ist momentan der Beste? Kompé. Mit 25 Punkten. Mann, warum sind wir so schlecht? Ach ja, wir haben einen... Nein, ich schiebe jetzt nicht alles aufs Team, weil... Ich sag's, ich bin ehrlich. Wir haben so wenig Punkte, weil ich scheiße bin. So, ich gebe es immerhin zu. Ne, ich habe keinen Skill momentan. Ich habe ja lang keinen Team Fortress vor allem mehr gezockt. Ja, genau. Jetzt suche ich auch nach Ausreden. Genau. Jetzt suche ich nach Ausreden. In der Hoffnung, meinen Skill zu verbergen, dass ich scheiße spiele. Genau. Na gut, nehmen wir mal einen Sniper. Ich gehe da jetzt nicht hin. Leck mich. Tu was. Und du tu auch was. Du auch. Steh nicht so dumm rum. Okay, Moment. Jetzt muss ich mal hier mal ein bisschen meine Auszug machen. Und Stammelschild, was soll der Müll? Pisse! Pisse ist wichtig! Pisse ist wichtig! So! Ich bin jetzt gerade echt richtig angepisst, deswegen schmeiß ich jetzt mit Pisse rum! Und lösche meine Kollegen vor dem Tod! Und jetzt hängt es bei mir ein bisschen. 20 FPS gerade. Tendenz zu 10 gerade. Naja. Na Gott! Zwei... Ja, was sollen wir machen, wenn zwei Pios auf einen zukommen und du als Sniper spielst? Warum gehe ich als Sniper überhaupt in die Offensive? Bin ich pläts? Ich gehe als Sniper in die Offensive. Genau. Ja, das kann nur an Dummheit grenzen. Na gut, ich muss ja nebenzu noch kommentieren. Deswegen kann ich meinen Skill nicht hundertprozentig ausschöpfen. Jetzt suche ich wieder nach Ausreden. Ich weiß. Ja, aber so ist es. Ja, das ist eine gute Ausrede. Ich glaube, das machen viele jetzt. Wenn sie scheiße spielen, schieben sie auch darauf, dass sie Multitasking machen müssen, obwohl es gar nicht stimmt. Okay, ich warte jetzt auf den richtigen Zeitpunkt. Oh Gott, diesen... Ja! Critical It! Oh Gott, jetzt haben sie mich gesehen. Die habe ich entdeckt. Nein! Lapin. Oh, da oben ist auch ein Sniper. Ich will jetzt kein Sniper-Duell gegen den verlieren und dann verlieren und mich nicht aufregen. Doch, natürlich will ich das. Wo ist... Ja gut, verschwinde, verschwinde du Dropbox, whatever. Gut, die ist weg. Jetzt haben wir noch gerade in letzter Sekunde gewonnen. Oder beziehungsweise verhindert, dass wir verlieren. Ich bin quasi der Schutzengel des roten Teams. Obwohl ich gar kein Mädchen bin. Ja gut, lass mal die schlechten Witze. Und den schlechten Skill, lass mal mal auch. Okay. Ähm. Hm. Na komm, los. Haben wir mal einen Soldier hier. Mit dem Kuhmessler 3000 oder 5000. Weiß gar nicht. Scheiß auf die tausender Zahl. Ah, 5000, okay. Jetzt machen wir hier ein bisschen Action. Wir sind gerade mal Drittletzter. Das kann sich doch keiner anschauen. Der wird höchstens nur zugehatet. Nein, ach, leck mich doch. Ey, mein Skill ist so scheiße, ich schwör's euch. Und ich kenne die Map nicht. Ja, jetzt soll ich wieder rausreden. Na los, Japaner. Der Japaner ist schlechteste. Schlechteste. Warum? Warum ist der Japaner das schlechteste? Verdrehte Welten oder was? Ja, genau. Das ist heute das Gegenteiltag, deswegen. Die Japaner sind letzter und ich bin, äh, drittletzter. Ah, wir haben einen Kill. Ne, einen Assist haben wir. Oh, wir haben die Ding, wir haben die Ding, wir haben die Ding, wir haben die Ding, wir haben die Ding. Wir haben das Ding. Und einen Kill haben wir auch. Yippie. Wir haben das Ding, wir haben das Ding. Beschützt mich, ihr stumme Raketenlappen. Ihr kommt nicht mehr hoch, ihr habt die Arschkarte gezogen. Das war ja klar. Jetzt sind wir, jetzt haben wir 5 Punkte. Wow. Aber ihr seht, wir haben in der letzten Runde 2 Punkte geholt. Es wird langsam, es wird langsam. Und ich wette, wenn ich mein Skill, ähm, ausgefaltet habe, ist das, jetzt ist der Part schon vorbei, weil, weil mein Speicher voll ist. Na los, tut was! Beschützt den Kaiser! Um jeden Preis! Zitat aus Oblivion von einer Wache. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme, aber scheiß drauf. Und da hinten ein Sniper! Feuer, Feuer, Feuer!